So, jetzt grüßt ihn schon mal an, jetzt kommen wir zurück. Zum Grand Theft Auto Eye City, mein geiler Wagen steht noch da. Sehr gut, immerhin. Also ich weiß nicht, ich glaub das ist eher für den Club, oder? Was geht ab, amigo? Was geht ab, amigo? Hillary? Hillary? Mit diesem Riesensatellitentelefon. Hey Hill, it's Phil. Oh ja. Oh nein, ich glaub nicht, er war in der Service, aber er will einen Fahrer für ein bisschen Aktion. Okay, ich verstehe. Und? Was hat er gesagt? Kein Problem. Er leitet unter Verlustängst, ne? Was? Ach, nein. Oh. Wenn und nur. Okay. Was? 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 Der hat... Warum kann ich mir mein Auto nicht aussuchen? Warum kann ich mir ein Scheiß... Find ich... Ne, das ist schon wieder hier... Oh oh. Oh nein. Haha. Hoffentlich hat er jetzt auch zwei Sterne. Das wär nur gerecht. BAM! Sehr gut. Aber, Moment mal. Irgendwie scheint, als ob die Polizei nur mich verfolgt. Weil ich schon wieder überhaupt nicht cool finde. Ne. Ich bin schon wieder gar nicht gebacken. Ah ja. Er fährt nicht schlecht. Er fährt ordentlich. Fährt schon ordentlich. Aber... Gott, Klappe ey. Wenn immer neben mir jemand labern muss. Das geht gar nicht. Ich bin hier der Labersack. Aber... Ich glaube... Hm. Na? Macht leider nicht den Eindruck, dass er gewinnen könnte. Wobei, ja. Ich weiß nicht. Wenn ich natürlich jetzt hier irgendwie mich dumm anstelle. Dann kann das natürlich gut möglich sein. Oh, wie süß. Habt ihr das gesehen? Oh ja. Oh Mann. Ja, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ist gut. Und vor allen Dingen, wir haben halt nicht so einen Wagen wie er. Aber... Bis jetzt... Noch hier alles. Locker, locker, locker. Verdammter Sack. Ah, ich hätte durch den Checkpoint fahren können. Mist. Aber... Okay, komm. Easy. Yes. Behandle mich schlecht. Hä? Was? Toll, super. Hat's gebracht, dass mein Benji ich jetzt hier so unglaublich schön abgestellt hab. Er ist weg. Naja. So, jetzt sind wir doch schon ein relativ guter Verein, oder? As you can see, gentlemen, this is going to be the easiest buck we ever made. Tommy, seriously, you gotta consider going into law. Anwalt zu werden, was? Ah. What the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Haha. Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now, that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Calm down, all right? With a team like this, it's gonna be no problem. We got Camon safe. Uh. Phil, you and me will handle security. And Hillary will drive to get her. I don't... Uh. Aren't you forgetting something? Somebody who helped you to no end in this town? Somebody like... Ken, that's right. Ken here? He watches the money for us. And he keeps the drinks on ice. Shit. I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank. We wave the gun around. And leave very rich men. Bank? 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 Wir wollen eine Bank überfallen? Warum? Ich will drive. The light. A passenger. Oh, ich will die Gruppe über das. Wie? Warum eigentlich in einem Taxi? Witzigerweise. Also, nur weil es mich interessiert. Oh. Da ist auch schon wieder ein Sportwagen nicht brauchen könnte. Und da ist noch einer. Oh. Das ist doch ein Arschloch-Spiel. Das ist doch ein Arschloch-Spiel. Tommy, Hillary hat zu viel Platz genommen. Ich bin nicht. R2. Hey, shut up, ihr zwei. Ich kann raus. Ja, Hillary. Don't be a gun. Find ich cool, dass wir eine Bank ausrauben. Da geht der Prima irgendwie so 50.000. Bestimmt. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Und er fährt noch einen Wagen und noch einen Wagen. Ey, leck mich doch, oder? Ach, ist doch. Ist doch echt wunderbar hier. Das Spiel zeigt schon wieder so richtig, dass es mich gern hat. Okay, gut. Äh, ich hab keine Waffen, ne? Ist so allgemein klar, oder? Ne, ich hab ne Waffe. Natürlich, aber... Äh, jetzt... Ah, leck mich fett. Jetzt muss doch was mit dem Auge sein. Hey, Tommy, why are we stopped? Ja. Hillary wurde im Stich... Jetzt weint's doch mal nicht hier. So, danke. Welchem Ding? Mit welchem... Oh, oh, ich verstehe. Okay. Äh, wo... Hä? Ah ja, ich hab hier einen Scharfschützengeweig gekriegt, oder was? Jetzt sagt mir bitte nicht, dass wir jetzt einfach reingehen, oder? Ah ja, wir stellen uns daneben hin. Ah. Okay, Leute. Nice and easy. Just as we planned. Oh, wow. Abgefahren. Äh. Äh, okay. Bin jetzt irgendwie ein bisschen hier verwirrt. This is a race! Nobody move! Everybody up against that wall! Was zum Teufel? Ja, immerhin. Phil, hold down the port. Wilco, roger that! Come on, Cam, the vault's upstairs. Äh, okay. Der ist oben. Ah ja, sehr gut. Wow. Cool. Wo oben? Ah ja, sehr gut. This is no joke, shit. Okay. Ah, abgefahren. Aufzug! Ja, warum nicht? Warum nicht mein Aufzug? Oh, ich hab'n ganz schlechtes. Ah ja, okay. Na dann, bitte. Cooler Safe. Also, Tresor. Oh, ich hab'n ganz schlechtes. Das ist eine flange, 9000. This could take hours to crack. Or five minutes, if you could find a manager. Oh, manager. Manager. Bill, think you're still sweet? Sure. Everything's real quiet. Manager. You, you're coming with me. Okay, okay. Just don't shoot. Oh, ich... Den hab' ich jetzt gar nicht gesehen. Den hab' ich gar nicht gesehen. Ich hab' ich das Gefühl, irgendwer wird noch hier diesen... diesen Knopf da drücken. Weiß nicht. Hab da so... Oh, oh, ich weiß nicht. Ich hab' da ein ganz schlechtes Gefühl. Ganz schlechtes Gefühl. Oh, shit. What can I do with some help here, Tommy? Oh, shit. War' doch fast to warten, oder? Clay City, SWAT. You are completely surrounded. Oh, oh. Oh, surrounded? Haha. They're crapping themself. You're rotten bastard. Tommy, the vault's open. Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Okay. You asked for it. You had your last chance. Uh, oh. We're storming the place. Take cover! Uh, shit. That's the last stop. Go, go, go! Oh, god. Oh, oh. Er wird sterben. Hey, guys! Get in! I got you covered! Hahaha. Ehrlich, 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 ehrlich. Okay. Okay. Fick. Nein. Ehrlich? 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 Oh mein Gott, ey. Das ist verletzend. Das ist so verletzend. Und hier ist eine Sackgasse. Doppelt, dreifach. So gut. So gut. So gut. Ah, leck mich. Dafür hast du ich Weiß-City? Ja. Sehr gut. So. Tschüss. Oh mein Gott. Möchte ich nur noch weg hier. Yeah. Oh, cool. Der kam tatsächlich mit. Ehrlich? Mein Gott, musst du mich nerven? Oder müsst ihr mich nerven? Schade. Schade. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch wirklich, wirklich, wirklich hier falsche, die falsche, ähm, falsche Bewaffnung, äh, wirklich. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Wer schießt denn hier auf mich? Keiner, wer auf mich hier schießt. Ach so. Naja. So. Ah, das war schon wieder echt... Oh nötig. Aber ich hab das Gefühl, hier, äh, für so'n Bankraub, da hätt ich mich auch, äh, leicht, leicht, ich sage extra leicht, äh, mich besser ausrüsten können mit Waffen und was weiß ich. Und genau deswegen fangen wir jetzt erstmal da runter in den Waffenladen. Und, ah, Moment mal, nee, Moment mal, hahaha, muss ich gar nicht. Muss ich ja gar nicht. Ach, scheiße. Ist auch ein bisschen zu lang. Nee, ein bisschen zu kurz. Weil ich hab ja in meiner Villa, hab ich ja hier ein paar Waffenvorräte. Da hol ich mir doch einfach die. Hol ich mir doch einfach die. Und, wenn wir schon mal dabei sind. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja, gut. Aber mit M4 und so'nem großen Gewehr sollte das eigentlich drin sein. Oder ich weiß, glaub's ein M4 ist. Oder ich glaub schon. M16 hat hier... ...drei Schuss. Ne? Kennt ja. Kennt ja alle eh. Ehrlich, muss das eigentlich immer sein? Was hab ich eigentlich hier für Welten drin? Ah ja, die... Die Fist. Die Love Fist Limousine. Sehr gut. Echt, ich hab 40.000. Das ist ja Wahnsinn. So, dann lass ich mir mal gucken. Ah, wo war der Scheiß? Ah ja, wunderbar. Ah, seht ihr. Wunderbar. Wunderbar. Was will man da noch mehr? Ah, da muss ich ja fast in die... Boah. Schwierig. Kau' ich mir davon noch mehr oder kann man... Eigentlich sollte das reichen. Eigentlich sollte das reichen, ja. Finde ich cool, dass mein Wagen hier ist. Dann, ich finde es auch echt sehr unnötig, dass ich hier mit... Habe ich hier keine... Ah, sehr gut. Viel besser. Viel besser. Saubere Klamotten. Muss ja nicht hier mit Bankräuber-Klamotten rumlaufen, wenn ich kein Bankrad ausraube. Das finde ich, muss nicht sein. So, jetzt sind wir voll. Jetzt sind wir richtig voll. Ja, jetzt sind wir voll. Und jetzt dann, glaube ich, dann können wir nochmal rumlaufen. Weil jetzt mit den Waffen hier sollte das eigentlich machbar sein. Eigentlich. Aber erst nächste Folge. Vielen Dank für's Zuschauen. Ich habe euch gefallen. Wird mich freuen, wenn ihr am nächsten Video bei Grand Theft Auto-Way City mit mir dabei seid. Mein Name ist es für heute. Auf Wiedersehen. Tschüss.